Ich bin jetzt am Canonstand und viele wissen ja, dass ich auch Trainer der Canon Academy bin und am Canonstand gibt es sehr kompetente Beratung zu Kameras, zu Objektiven. Man kann hier auch viele Sachen ausprobieren, sehr viele Promotoren sind da und auch noch ein paar Worte zur Projektion im Hintergrund. Diese Projektion wurde von der Firma FÜS AV aus Wien gemacht. Der Chefproducer ist der Bernhard Brenner und es handelt sich um eine Rückprojektion mit vier Canon-Kurzdistanzprojektoren. Das sind ganz neue Projektoren, die können quasi aus zwei Meter Entfernung ein vier Meter breites Bild projizieren. Die Präsentation natürlich mit Wings Platinum, denn Wings Platinum bietet mir hier die Möglichkeit, eine optimale Bildqualität, selbst über eine Auflösung von über 6000 Pixel, die wir hier verwenden. Und wie funktioniert das mit der Zuspielung? Stehen da vier DVD-Player oder Computer? Wir haben hier eine Media-Engine von AV Stumpfel verbaut. Die Media-Engine bietet uns die Möglichkeit, mit nur einem Rechner vier Projektoren zu bespielen und eine Softage-Maske drüber zu legen, damit der Besucher, der Betrachter ein nahtloses Bild-Erlebnis hat. Das heißt, diese Software verrechnet die einzelnen Beamer und erzeugt dann das nahtlose Bild, weil ich es richtig verstanden habe. Und wie schaut es mit der Ausfallsicherheit aus? Es waren ja drei Messetage. Hat es da irgendwelche Probleme gegeben? Wings Platinum bzw. die Media-Engine läuft völlig zuverlässig und wir haben an diesen drei Messetagen überhaupt keine Ausfälle gehabt. Natürlich ist es so, hier im Messebetrieb, dass wir jeden Morgen kontrollieren, ob das Bild auch wirklich noch nahtlos ist, ob die Übergänge passen. Denn auf einer Messe ist die Wahrscheinlichkeit schon vorhanden, dass sich irgendwo die Projektoren bewegen durch die Temperaturunterschiede. Die Firma AV Stumpfl aus Wallern ist Weltmarktführer im Bereich mobile Bildwände. Und um diese Bildwände optimal auszunutzen, braucht es natürlich auch entsprechende Projektoren. Und neben mir steht der Philipp, der uns jetzt gleich ein bisschen einen Überblick geben wird. Ja, also wir haben auf unserem Messestand heute die neuesten Modelle von Canon, den WUX 450 und den WUX 400ST ausgestellt. Dann haben wir gleich am ersten Tag das ganz neue Modell, das erst im Dezember vorgestellt wird bzw. auf den Markt kommt. Den WUX 6000, den man hier auf der Rückseite schon in Aktion sieht. Ist wirklich eine überzeugende Helligkeit, die was aus diesem Gerät rauskommt. Und wir freuen uns schon, wenn wir die Referenten, die natürlich diese Helligkeit brauchen, von ihren bestehenden Projektoren eventuell auf den WUX 6000 umstellen können. Nachdem wir jetzt Projektoren und Leinwände schon haben, fehlt uns nur mehr die passende Software. Die passende Software ist natürlich WUX Platinum 5. Mit der können Sie alle Bilder, Videos, die Wasserbären reisen, gemacht haben, direkt eine Show draus basteln. Mit verschiedenen Überblendungen, Effekten, Kamerafahrten, also alles was Sie da gestalten möchten. Sie können intuitiv die Show gestalten und können gleich bei der Programmierung Pausen erstellen. Und auch wenn Sie mit unseren zum Beispiel Funk-Präsentern arbeiten, können Sie dann live die Pause selbst gestalten und auch die Show wieder fortführen. Und die Programmierer von WUX Platinum sitzen in Indien, nehme ich an. Nein, die Programmierer sitzen direkt bei uns in Wallern. Und der Support, also wenn Sie Fragen haben zu WUX, können Sie dann direkt bei uns anrufen und dann kommen Sie dann auch direkt zu mir. WUX Platinum WUX Platinum WUX Platinum WUX Platinum WUX Platinum